Hallo und guten Tag und willkommen zurück zu Call of Duty VR. Wir haben gerade eine kleine Zeitreise, spielen gerade die gefangene Fahrer und der Mistkerl wird uns bestimmt verhören jetzt. Also ich glaube ich kriege nicht auf normalem Wege Wasser. Ich habe hier das Sagen. Ich kann dir das Leben viel leichter machen. Nun, erzähl mir von Commander Karim und den Nachrichten. Nö. Nicht so stur. Du wirst für dein Schweigen zahlen. Bis jetzt war ich geduldig, es reicht. Hä, what? Bleib wahr, dann ziehst du deinen Bruder, ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken. Du musst atmen. What? Nein, nein! Atme, Rara. Du schaffst das. Du kannst kein Wasser atmen. Du brauchst genug. Lass mich in Ruhe, Mister. Ach, genau so. Na bitte. Alter. So stark, Fahra. Mach so weiter und du siehst auf dir. Nochmal. Wer ist Karim? Das geht dich ein Scheißdreck an. Junge, ich schneide dir dein Herz raus bei mir, Benni, im Leib. Was? Nein! Alter Schwede. Andere Seite. Falsche Richtung, Pfarrer. Verdammt, du bist gut. Halt still. Na, aber dass du jetzt Luft... Alter, ich werde dir das Herz rausschneiden. Halt still. Nicht bewegen. Genug. Hm? Glückwunsch, Pfarrer. Du hast sie gerettet. Sag mir jetzt die Wahrheit. Oder sie stirbt. Ich hab getan, was du wolltest. Nein. Ich will die Wahrheit. Du kannst mich mal. Ich würde dir so gerne ins Gesicht schmucken, du Arschloch. Wer ist Karim? Ich bin Karim. Die Nachrichten stammen von mir. Ich bin Karim. Ich bin verantwortlich. Ich wusste es. Ach nein. Schon die ganze Zeit. Schaut sie weg. Sag den anderen, ihre Anführerin wurde gebrochen. Ich bin aber nicht Karim. War das jetzt falsch? Oder war das richtig, was ich da gemacht hab? Du hast dich erhunger, Pfarrer. Hm? Iss. Dann retten wir. Du Arschloch. Hältst du das wie ein Spiel? Du denkst, du kannst gewinnen? Keine Spiele mehr. Dein Bruder hat einen Schlüssel von mir. Wo ist er? Fehlt dir einen Schlüssel? Einer fehlt. Aber wir haben Ersatz. Wofür ist der Schlüssel? Du hältst dich verschlau. Karim. Also, wo ist der Schlüssel, den dein Bruder gestohlen hat? Er war in Hadirs Zelle. Lügen. Da war er nicht. Was soll ich das wissen? Dieses Land ist eine Blutstätte für Terroristen. Ich bringe Recht und Ordnung in dieses Land. Und kein Terrorist schadet meinem Land. Du bist ja Oberterrorist. Ich schütze Russland. Schweig. Was ist die Hölle? Geht ihr vor? Tötet alle. Sperrt sie in das Lager. Brennt es nieder. Doch hast du den Leuten nicht gerädet, Farrer Karim. Sondern getötet. Einen Helikopter schnell an die Waffe. Habe ich... Bin ich wirklich Karim? Locker. Nicht eng. Ähm. Wieder mal total das Klischee. Öffnen. Ich brauche ein Werkzeug. Einen Löffel? Jawohl. Einen Löffel. Perfekt. Nette kleine Klinge. Ich muss hier raus. The next Uri Geller. Ja, ist okay. Wow. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass ich A drücken muss, um zu springen. Dabei, 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 dabei! So, wo muss ich jetzt hin? Äh. Finden Sie einen Weg aus der Zelle? Finde einen Fluchtweg, Farrer. Ich kann die Steine benutzen. Hier, vielleicht. Ich bin's nicht. Grabe ich mich denn jetzt raus oder was? Ey, ich hab kein... Schimmer, was ich hier machen soll. Äh, what? das mal da ist ein loch oder bilde ich mir das nur noch eingesperrt muss im gang nach sehen muss diese zelle öffnen ok ja wo muss ich denn hinziehen finden sie einen weg aus der zelle ja wo der ist ein bisschen dumm ist das finde ich ehrlich schalter öffnen die türen das passt nicht ich muss da irgendwie rein damit kann ich hochklettern ja aber wo gib mir den akkuschrauber des todes mann kommt schon ich will damit einen erinnern doch hallo ratten ich bin der neue ich dachte gerade ja 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 komm stech ihn ab ja 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 Oh Oh Ohhhh! Woher kommt der Schlüssel Karim! Hadir hat ihn geklaut. Schnell, wir überraschen sie. Ey, gib mir die Granaten. Wie besprochen. Gut gemacht, Schwestern! Barkov hat die anderen im Lagerhaus eingesperrt und schnell, bevor alle tot sind Hä? Wo? Achso, oh, scheiße mhm, dat war ein bisschen Hier, schluck das! Oh, Entschuldigung Ey, was war das denn, ey? Ja, ich hab wieder eine super tolle Team-KI hier Super Ich bin wirklich Karim Oh Fredly Fire Entschuldigung Hebst du noch? Boah, was ist so? Hier, einfach drauf Äh Ma, warum rennt ihr mir in die Flinte, ihr Ihr Bauern Okay Schwestern. BAM, Jungen. Okay. Was hab ich denn für ein Team? Gar keins. Ja, du bist witzig, Lady. Mein Gott, braucht die lange zum Nachladen. Ja, lauf in die Granate. Okay. Whoa, whoa. Mistkerl. Hab ich ihn erwischt? Passt auf den Charge-Schützen auf! Okay. Okay. Scharfsschütze erledigt! Sauber! Das war ja auch ich. Es gibt einen Weg hier durch, Karim! Okay, ich bin doch Karim. Okay, ich bin doch Karim. Hab zwei. Ja, im Endeffekt mach ich die ganze Arbeit, ihr Bauern. Die Gasfabrik! Er verbrennt die Beweise! Und die Gefangenen! Zurück! Wir brechen durch! Los! Alles gesichert! Und wir sind da raus! Ich öffne die Sprinkler! Mach nur die zu, Karim! Ich bin überschrotten! Auf! Hilfe! Hadir! Hadir! Alles okay! Sie sind da! Ja! Ich bin da! 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 Dank dir! Durchatmen! Sucht Überlebende und Vorräte! Wir gehen! Wir gehen! Nach morgen! Nicht auf den Highway! Bravo 6 an Kobalt 4 Zeitfenster bestätigen! Zehn Minuten! Roger! Orbit halten! Behalte euch! Selbst Tvarkov wird kommen und seine Toten holen! Ja, Leute selber! Ja, Vater! Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird! Er wird es büßen! Soll er kommen! Wir haben die Straßen nach Norden geräumt! Dort seid ihr erstmal sicher! Danke! Die Revolution beginnt jetzt, Schwester! Der Krieg beginnt jetzt, Buda! Selbst im Krieg gibt's Moral! Nicht vergessen! Holy Shit! Ey! Preis sieht so... Ba! Ach! Ehrlich! Ey! Kann ich mir gar nicht! Boah, wie klein die ist! Aber man sieht schon den Ansatz des Bartels! 20 Jahre Bürgerkrieg! Bürger spielen ja keine Rolle! Hadir ist trainiert! Verbündet, entführt, spielt keine Rolle! Er brachte das Gas nach Russland! Er tat es mit Al-Katalas Hilfe! Er hat das Netzwerk und die Leute! Tja, kann man's ihm übel nehmen, hm? Inoffiziell nicht! Aber hier geht's um mehr als Hadir! Wir haben zwei Optionen! Was? Wir waren Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin! Eine Menge Unschuldige werden sterben! Durch einen Freund des Westens! Okay, kommen wir zur Sache! Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise! Inoffiziell? Total! Wer ist ihr Team? Ein paar alte Freunde! Unser Sergeant? Ist bereit! Ich bringe sie rein, dann sind sie auf sich gestellt! Nur Waffen der Gas-Nation! Ich mach das schon! Boah, ich fände das so cool, wenn die auch irgendwie in den anderen Teilen dabei gewesen wären! In der Sandtrag Petersburg! Da sind zwei an der Tür! Meer Al-Katala im Innern! Nord-Nikolai! Wunder Ort parkt nur Wichser! Nach der Schelechreise! Der Schlechter gab es Schört! Das Schwein aus der Botschaft! Das Schwein aus der Botschaft! Kein Gas! Kein Hadir! Milliarden! Reierschuss! Verlackend! Ach, noch nicht! Der Schlechter führt uns zu Hadir! Oder der Gasangriff geht los! Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch! Aber Nikolai, du siehst so gut aus Und du siehst ja wie ein Schrank aus Aber Freunde, ähm Nikolai in Action Okay Aber Nikolai, die ich in Action zu sehen Ist voll cool Im ersten Modern Warfare fand ich die richtig cool Ähm ja Freunde, ich würde sagen Wir machen das beim nächsten Mal Und ich sag dann mal Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss